Wir bringen eine große Idee zur Abstimmung. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens will geboren werden. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Bis jetzt. Wir bringen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu den Menschen. Wie wird dich diese Idee unterstützen? Egal was du vorhast, egal wo du bist, das Grundeinkommen bietet zusätzliche Möglichkeiten. Einkommen ist die Ermöglichung von Leben. Jeder Mensch braucht es um arbeiten zu können. Das könnten wir nicht alles schaffen, wenn jeder von uns ein Grundeinkommen hätte. Diese und andere Fragen werden wir mit folgenden fünf Schritten landesweit stellen. Wir starten mit einem Kongress, um Menschen, die die Zukunft gestalten wollen, zusammenzubringen. Von 19. bis 21. September 2018 werden wir in Kärnten gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst der Frage nachgehen, was das Grundeinkommen für uns bedeutet. Weiters beauftragen wir eine Universität, mit uns gemeinsam die zukunftsfähigste Finanzierung für das Grundeinkommen zu finden. Viele Details wollen berücksichtigt werden, daher wird in einem Mikrosimulationsmodell untersucht, woran alles gedacht werden muss. Drittens bringen wir diese Erkenntnisse mit einer Roadshow direkt zu euch. Wir stellen einen Infokonvoi zusammen, der in jede Stadt in Österreich fährt, um die Botschaft zu verbreiten und eure Fragen und Hinweise einzusammeln. Mit euren Rückmeldungen im Gepäck gründen wir 2019 das Forum Soziale Zukunft Österreich, in dem eure Wünsche und Bedenken behandelt werden. Eine ganze Woche machen wir die Betroffenen zu Beteiligten, um mit allen Stakeholdern die Gesellschaft, in der wir alle leben wollen, zu beschreiben. Hier wird sich zeigen, ob das bedingungslose Grundeinkommen ein aussichtsreicher Weg in diese Zukunft ist. Zum großen Finale fragen wir, soll die Regierung mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in eurem Sinne beauftragt werden? Das bedeutet, wir machen für euch ein Volksbegehren. Für die fünf Aktionen haben wir dieses Crowdfunding ins Leben gerufen, damit ihr uns zeigen könnt, wie wichtig euch eine Zukunft mit Grundeinkommen ist. Österreich könnte in fünf bis sieben Jahren das erste Land der Welt sein, das ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Doch es kommt nur, wenn wir es mehrheitlich gut finden und das erfordert intensiven Dialog und Einbeziehung aller berechtigten Bedenken. Investiere in dein Grundeinkommen und das all deiner Mitmenschen. Je mehr du von deinem zukünftigen Grundeinkommen in diese Kampagne steckst, desto eher gelingt es, ein Einkommen als Menschenrecht in dieser Welt zu schaffen. Der Durchbruch ist nahe. Unsere Wirksamkeit steigt mit eurer Kraft. Zusammen werden wir es schaffen. So sagt es auch das Vereinsmotto der Generation Grundeinkommen. Wir füreinander jetzt! Wir füreinander jetzt! Und unten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017